Interessante Ansicht. Und ihr haltet euch für so wundervoll, dass ihr für die Ewigkeit ihr selbst sein solltet? Tja, an Rondras Tafel wollte ich nicht sitzen. In der Hesindes Bibliothek ebenso wohl nicht. Ja, spuckt irgendein Knäuel aus. Was verbindet euch mit dem Ionah von Zorgern? Wenig. Ihr scheint reichliches Interesse an ihr zu haben, oder ihrem Schicksal, dafür, dass ich... Ihr fragt dann nach Kabalyem. Und ich sagte, dass einige mehr hinter dem Terilion Tetraeder hinterher sind. Mhm. Natürlich. Das war ihr Antwort auf die Frage. Natürlich. Ich bin mir sicher, dass es das ist. Kommt das schon wieder her? Ebenso werden sicherlich die Töchter von Neobara hinterher sein. Und eventuell auch die Raja-Kirche, so wie ich das zarte Stümmchen von ihr deuten darf. Nun, ihr spracht von Erbstücken. Gehört auch der Schleier der Gleichmacht zu diesen Erbstücken? Oh. Auch der. Und wie schätzt ihr die Chancen ein von all diesen Kabalyas? Sind das solche Leute, die schon seit Jahrtausenden nach einem Schlüssel suchen und ihn nicht finden? Oder glaubt ihr, es könnte ihn tatsächlich geringen? Nun, wohl eher seit Jahrhunderten, einige seit Jahrzehnten, aber ja, warum nicht? Zumindest suchen sie aktiv danach. Ich glaube, dass die Nachtwinde am ehesten Chancen haben. Die Schwerter, die Flügel oder die Magier? Äh, die Vögel oder die Magier? Die Maraskana. Hm. Wir hassen Magie. Wollen sie also euer Artefakt zerstören? Ich weiß es nicht. Ob sie es wollen, es würde ihnen nicht gelingen. Der Gürtel ist nur zerstörbar. Ja, derweil habe ich Bolldachs nach draußen gelegt, vor die Kabine, wenn er gebeten hat. Ah. Also, es geht um Folgendes. Nachdem Timionas Kopf abgetrennt worden ist, haben sich die Dämonen zurückgezogen, hat sich das Innenleben des Klosters verändert, denn es wirkte ja doch. Hm. Der bedrückend. Es war ein Unheiligtum. Nur weil der Hektarisch stirbt, stirbt nicht das Unheiligtum. Das ist mir bewusst. Aber hat sich etwas in der Gesinnung verändert? Der Gesinn des Wortes? Nein. Hm. Wie gesagt, es ist ein Unheiligtum. Ja, das ist mir bewusst. Deshalb, ja, die Frage. Mir gefällt nicht, was er gesagt, beziehungsweise nicht gesagt, sondern vielmehr angedeutet hat. Die schwarze Feste ist immer noch die schwarze Feste. Sie ist vielleicht zerbrochen, aber sie ist immer noch ein Unheiligtum, obwohl Gelächter gestorben ist. Das ist richtig. Darum geht es mir auch nicht. Worauf wird ihn aus? Nun. Vielleicht glaubt offensichtlich, wenn Sulamin das sagt, traue ich ihr das zu, dass sie ihn durchschaut hat. Er glaubt offensichtlich wirklich daran, dass die Myona noch am Leben ist. Vielleicht will er das glauben, oder ich weiß nicht. Menschen sind kompliziert, wenn sie etwas fest glauben. Die Art und Weise, wie Sulamin darauf reagiert hat. Sie kann Menschen lesen. Wirklich gut. Hätte sie wahrgenommen, dass er sich selbst belügt, um daran zu glauben, dass die Myona noch lebt. Nun, er glaubt es vielleicht wirklich, dass die Myona noch weiterlebt und dass wir jemand anders getötet haben. Das ändert aber nichts daran, dass wir die Myona getötet haben. Das ist richtig. Die Myona ist tot. Wir haben ihren Kopf auf dem Spieß gesehen. Wir haben ihren Leichnam auf dem Boden gesehen. Keine Frage. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, aber mir sind euch Wege bekannt, wie man den Tod verlisten kann, da muss ich jetzt die Meisterfragen, weil sie das? Also du hast dich selbst von deinem eigenen Tod gerettet, das weißt du. Aber das wird ihr nicht gelungen sein, weil sie sich selbst nicht aus der Zukunft retten kann, wenn sie stirbt. Weiß hier etwas, zum Beispiel von Kostallherzen etc. Aber sie kann sich aus der Vergangenheit retten. Beutax kann mal, nein kann sie nicht, Beutax kann mal eine Magiekunde-Probe machen. Ja, alles klar. Ähm, Abel mir auch, aber plus 18. Okay. Für Beutax eben nur eine, was hatte ich eben gesagt, plus 12? Hatte ich irgendwas gesagt? Ne, also bei mir. Mach, mach, mach einfach mal bei dir. Ja, alles klar. Die Droiden sind halt sehr nah an den Geoden dran. Wow, du hast 18 geschafft. Ich weiß auch nicht, wie, aber ja. Was zur Hölle, Alter. Mach, so Gott will es. Ähm, die Seelenwanderung wäre eine Möglichkeit, aber das ist ein Ritual, was langer Zeit bedarf. Und? Und du brauchst eine Person, in die dein Körper nebenfährt. Und die müsste sehr nah sein. Es gibt Gerüchte über finstere Droiden. Nun, sie beherrschen ein Ritual, dem sie ihren Geist transferieren können. Ihr meint die Seelenwanderung? Ja, so nennt man sie. Nun, dieses Ritual geht meines Wissens auf exische Zaubereizwerk. Nicht. Nun ja, aber es sind in der Regel wirklich die finstersten Droiden, die dieses Ritual benutzen. Ich meine nur, es gibt Möglichkeiten, den Tod zu überlisten oder zumindest aufzuschieben. Überlistet hat ihn vermutlich noch niemand, niemand, der nicht ohnehin unsterblich war. Ihr wisst, was ich meine. Was ich meine, wir sollten diesen Punkt nicht gänzlich ausschließen, nur weil wir sie haben sterben sehen. Nun ja, dann, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es ein Paktierer, sie sind geborene Lügner. Nun, das ist richtig, das stelle ich außer Frage. Aber wir wissen auch nicht, mit welchen Kräften ihre Herrin Dimiona ausgestattet hat, beziehungsweise mit welchen Kräften Dimiona von ihrer Herrin ausgestattet worden ist. Nun gut, spielen wir dieses Szenario einmal durch. Ja. Dimiona versetzte vor ihrem Tod, oder zum Zeitpunkt ihres Todes, ihre Seele aneinanderkörper. Es kann, ich weiß nicht über diesen Zauber selber, ob sie weiter erreicht, ob er in Sichtweise sein muss, ob er meilenweit denken. Nein, 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 es muss mit einem vertrauten und passenden Gegenstück sein. Also, in der Regel... In der Ohren, 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 in der Ohren. heranzieht, den er jahrelang ausbildet, beziehungsweise jahrelang ein enges, vertrautes Verhältnis zu diesem Schüler hat, bevor er die Seelenwanderung durchführt. Das ist grausam, aber für manche Druiden Mittel der Wahl. Nun... Auf wen wolltest du einschränken? Auf die ganze Familie? Ja, ich denke, Familie beziehungsweise jemand, zu dem sie lange Kontakt hatte, hat, oder in dem sie sich oder einen Teil ihrer selbst wiedererkennt. Ich bin immer noch die nicht überzeugt. Nein. Es ist nur eine Hypothese. Aber wir sollten sie nicht gänzlich hinfortwischen. Ich meine nur, wir wissen nicht, über welche Art von Macht die Miona verfügt hat, insbesondere da sie ja den Splitter hatte. Nun, ich vermute, wenn dieses Ritual erfolgreich war, können wir keine Spuren zurückbefolgen. Wartet, wartet. Was tat sie, als wir in den Thronsaal gekommen sind? Erinnert ihr euch noch? Ja. Bitte sie nicht irgendwie ein Ritual durch? War so. Ja. Mir gefällt das alles nicht. Mir gefällt das alles nicht. dieser Mann für Zweifel, wo keine sein sollten. Richtig, das sind Aufgaben vermutlich. Während ihr euch unterhaltet, in der Zelle. Habt ihr weitere Fragen? Ihr sollt überraschend gut drauf, welcher man dann der auf sein sicheres Ende zu steuert. Ich kann euch weiteres Wissen geben. Ihr müsst nur fragen. Im Gegensatz zu meinen beiden Kameraden dort draußen bin ich nicht hier, um Wissen aus euch zu extrahieren. Ihr könntet so viel lernen. Gerade hier. Pro forma werde ich jetzt natürlich trotzdem anbieten müssen. Jetzt besteht die Möglichkeit, eure Seele zu reinigen vor eurem Tode und auch einen Pakt zu lösen, wenn ihr denn so gewillt seid. Meint ihr wirklich, dass ihr meine Seele bekommt, wenn ihr mich umbringt? Meine körperliche Hülle? Ich will eure Seele nicht haben. Ich möchte eure Seele retten. Ich wollte dem Schicksal bewahren, dass euch heimsuchen wird und euer herzdämonischer Herr eure Seele einfordert. Ein letzter großer Spaß, wenn ich meinen Pakt breche, ja? Dämonen, die einstürmen, 24 Stunden lang, auf dieses Schiff. Wen ihr so sehen wollt? Tja. Dann machen wir den Spaß doch einfach mal mit, oder? Ah ja, es rettet eure Seele. Ich bin überrascht, dass ihr zur Warnung gekommen seid. Aber ja, dies freut mich tatsächlich. Ich werde eine Vorbereitung treffen. Bringt mich nach oben. Nehmt mir die Augenbinde ab und ich wiederrufe. Selbstverständlich. Ein wenig Geduld. Ich gehe einmal kurz vor die Tür, um mit unseren Magiern zu reden. zu einem Schiff nach draußen. Ja, also Tief-Unterhaltung. Wir schicken die Köpfe zusammen, und keiner dann hört. Genau. Beziehungsweise Abelmir ist wahrscheinlich ein bisschen runtergebeugt zu mir, weil... Und es ist wirklich merkwürdig, dieser Mann. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Heutags? Äh, Solamin. Habt ihr eine Hypothese? Oh, äh, ja, tatsächlich. Es ist wirklich nicht mehr als eine Hypothese. Eine schwache Hypothese. Ein, 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 ein schlechtes Bauchgefühl, könnte man fast sagen. Aber ich erinnerte mich, als wir Team Jona begegneten. Sie war gerade dabei, ein Ritual durchzuführen. Offensichtlich schienen wir es gestört zu haben. Ja. Dann ist mir aber etwas in den Sinn gekommen. Und ich wollte Abelmir deshalb noch einmal konsultieren. Er ist ja auch, auch wenn ich es manchmal in Abrede stelle, doch ein rechtfähiger und, ähm, vor allem sehr gebildeter Magier. Und, ähm, ich weiß nicht, euch wird das vermutlich nicht sagen, aber es gibt unter finsteren, finsteren, finsteren Druiden ein Ritual. Es nennt sich Seelenwanderung. Diesem überträgt der Druide seine Seele nun auf einen anderen, einen ihm vertrauten Menschen, meistens ein Lehrling. Dabei stirbt in der Regel dann der Körper des Druiden im Nachgang und die Seele des Druiden lebt weiter im des Lehrlings. Was geschieht mit der Seele des Lehrlings? Nun, ähm... Es ist ein Seelentausch, könnte man sagen. Wir wechseln die Gestalt. Er stirbt also mit dem Altkörper. Ja. Ähm, hin und wieder... Manche... Manche... Es gibt ja auch abgewandte Geoden, die aus wilden Zwergenvölkern äh, entstanden sind. Manche von ihnen sagen, sie hätten mit den Geistern solcher Lehrlinge gesprochen, aber... Na... Nun ja, nicht jeder Tode wird ein Geist. Das ist wahrhaft finstere Magie, aber ich würde sagen, den Dienern der Erzdämonen würdig. Nun, auch wenn ihr sagt, das ist eine sehr schwache Hypothese, lasst mich euch einen Vorschlag machen. Ich würde ihn zuerst danach fragen, wo die Niona denn ist, wenn sie noch lebt. Ja. Ich gehe jedoch davon aus, dass wir darauf keine zufriedenstellende Antwort bekommen werden. Deswegen würde ich vorschlagen, dass ihr ihm seine, eure schwache Hypothese vortragt und mich seine Reaktion studieren lasst. Nun, ihr könntet Menschen in der Regel lesen wie ein Buch, das, äh, ich... Konntet ihr... Nun ja, wenn ihr dieses Ritual gesehen habt, gab es denn dort eine andere Person? So etwas wie diesen Schüler in eurem Beispiel? Wir wissen nicht, wie das Ritual genau funktioniert. ich, äh, selbst habe nur von dem Ritual gehört und seinen Auswirkungen. Aber es ist, äh, komplexeste Zauberei der Druiden, ähm, denen wir Gioden keinen Zugang haben. Es kommt ja nicht von uns. Wir würden so etwas Finsteres niemals tun. Das ist ursprünglich ein exisches Ritual. Und deshalb ist es auch so finster. Nun, es erscheint vage, aber es könnte diesen Wahnsinn erklären? Könnte es sein, dass er ein sehr guter Lügner ist? Nun... darauf ankommen lassen. Darum habe ich die Göttin gebeten, mir die Wahrheit zu zeigen. Nun, und euer unverstellter Blick hat gezeigt, dass er glaubt, die Wahrheit zu sagen, wenn er behauptet, dass die Mjona noch am Leben ist? Er ist absolut sicher. Und er genießt diese Gewissheit. Er lacht uns aus für unsere Unwissenheit. Verdammt, da tötet man einen Heptarich und schon taucht er wieder auf. Wir sind wie Unkraut. Ach ja, Jalan hat ihm das Angebot gemacht, seine Seele zu retten. Er schien nicht abgeneigt und... Hier? Hier. Und belustigt von der Vorstellung, dass Dämonen auf das Schiff einsprömen. Aber nun ja, als Geweihte sind wir verpflichtet, ihm diese Möglichkeit zu geben. Wenn er bereit ist, zu widerrufen. Wir suchen den Ort aber aus und nicht er. Das ist wahr. Ich will das nicht hier auf dem Schiff machen. Es wird auf geweihtem Boden passieren. Er war halt in der Zelle. Wollte mir also aufhelfen? Gemach, Gemach. Zunächst einmal wäre wohl... Ich sitze etwas unbequem. Er sitzt aber, oder? Er sitzt ja... Wo erkniet, oder? Alles zu seiner Zeit. Gebt mir einen Moment, ja. Ich gehe kurz zur Tür, machen wir einen Spalte aufschau raus. Habt ihr es bald, oder können wir hier den Deckel drauf machen? Solami, will ich mal eine Frage stellen. Oder ich stelle ihm eine Frage oder Boltax und Solamin nehmen dabei. Sehen. Gut, dann. Nun, meine Kameraden haben noch eine Frage an euch. Dann helfen wir noch auf. Ich helfe ihm auf. Ähm, Yalan, was hat er da im Schoß? Yalan berührt ihn und verharrt. Yalan, als du die Augen wieder aufschlägst, das Wasser fließt um dich herum, plätschert irgendein Fluss. Dann hörst du irgendwie Töpfe, die klackern und du siehst vor deinen Augen Rodrigo und Myria kommt auf dich zu. Ach, steh auf dir denn immer noch? Steht auf, sonst muss ich euch einen Nachschritt geben. Ich war gerade... Ja, in Gedanken. Kommt ihr jetzt nach Pericom? Ja, ja, natürlich, das Pulver für Pericom und für die... Ja. Habt ihr wieder von Heldentaten geträumt? Ich muss eingenickt sein. Ja, das sehe ich wohl. Ihr seid wie immer zu nichts zu gebrauchen. Wenn ich das meinem Vater erzähle, ihr sollt mich ausbilden und schlaft dabei länger als ich. Als Willen, Nurya. Achtsamkeit ist auch eine ritterliche Tugend. Ja, natürlich. Ihr und ritterliche Tugenden, natürlich. Als ich in deinem Alter war, musste ich jeden Tag auf meine Schwertfahrt auf den Orks reiten. Bei Wind, Wetter oder Schnee. Sei froh, dass du es so gut hast hier. Ja, na klar. Wir wollen nach Pericom. Ihr wisst schon, wie verlottert dieser Hafen ist, oder? Wir werden uns nicht lang dort aufhalten. Macht euch keine Sorgen. Ja. Und dann, was wollt ihr mit diesen Helden tun? Held spielen? Auf See? Ich dachte, ihr wolltet mir ein Pferd besorgen, weil euch gestorben ist. Und im Moment müssen wir beide zu Fuß unterwegs. Also halte ich vielleicht ein wenig zurück. Störerbrand hat uns gutes Geld angeboten, dafür, dass wir diesen Convoy hier begleiten. Ich glaube nicht, dass das Geld von Störerbrand kommt. Wir sehen mir etwas seltsam aus. Abgerissen. Als ob die für einen Händler arbeiten. Hm? Störerbrand ist ein Händler. Als ob die für einen Händler... Hörst du mir zu? Als ob ich hier die Knappin wäre. Du bist der Ritter. Du musst es doch wissen. Du siehst aus wie ein Frosch. Was? Wie hast du mich genannt? Du siehst aus wie ein Frosch, habe ich gesagt. Nein, 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 nein. Nein. Das war jemand anders. Bitte? Ich schüttel den Kopf. Sag einfach still. Packst du irgendwie gerade deine Sachen an den Karren, verziehst da, du hast irgendwie noch ein fletiger Ausdruck von Rodrigo, der dir in der geworfen wird. Hat Myria eine Balestrina an ihrer Gürtelseite? Und einen Hut auf dem Kopf? Du weißt nicht genau, so ein Kapitänshut. Als ob sie ihn schon immer getragen hätte. Bist du... Echt? Welches Jahr haben wir? 26? Sicher. Wo hast du den her? Ich nehme mir den Hut vom Kopf. Ja, du setzt ihn dir auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um meinen Kopf handelt. Du setzt ihn dir auf. Er passt perfekt. Er ist schon so ein bisschen salzig. Er hat auch schon immer die gehört. Und ziehst ihn noch einmal zurecht. Nichts Willen, den hat mir Viburn geschenkt. Kannst du doch nicht einfach nehmen. Hä, warum denn nicht? Frag ihn doch. Er steht doch da vorne. Aber... Er gehört hier nicht hin. Was? Ja, du guckst kurz um und Rodrigo unterhält sich wohl gerade mit Viburn im Stierland. Das geht hier vonstatten. Rondra, hilf mir. Derweil bei den anderen. Ja, dann steht immer noch still da. Wollte ihn wohl gerade hochheben. Jetzt blinzelt er einmal ein bisschen, zweimal, dreimal und lässt ihn dann los. Bleibt einfach stehen. Ich ziehe meine Balestrine und drücke sie dem Gefangenen gegen die Brust. Was hast du mit ihm gemacht? Hol ihn da raus. Woraus holen? Aus seiner Starre, verdammt. Ich würde mir Ja, dann gerne mal angucken mit Heilkunde Seele, um herauszufinden, ob er sich in irgendeiner Art Trance oder Ähnlichem befindet. Ich würde noch nach der anderen Nacht der anderen Erzmagien rufen. Volltags, da war so ein komischer Knoten. Ich weiß nicht, ob das etwas bedeutet. Er hat ihn ausgespuckt oder so. Ja, ähm, Heilkunde Seele, was nehme ich an? Du siehst den blanken Wahnsinn in Jalans Augen. Okay, dann würde ich gerne eine Halluzination auf ihn wirken. Eine Halluzination auf die Halluzination? Ja, Trammbilder. Danke, danke, ich dich auch. Baumbilder plus sieben. Auch ein schlafendes Opfer kann mit einer Halluzination belegt werden, die dann seine Träume bestimmt oder überhaupt erst verursacht, wenn es sich um einen Zwerg handelt. Den Zwergeträumen für gewöhnlich nicht. Weil es ja hier drin noch nicht verwirrend genug war. Jetzt gibst du den maximalen. Wow. Ich würde mir gerne Zeit lassen und ich würde das Ganze gerne, ja, ich erzwinge es um zwei Punkte. Zehn. Zehn. Okay, ich habe das Ganze 20, also ich habe die ganze Halluzination auf 20. Ich lasse mir Zeit. Es kommt allerdings eine siebene Erschwernis durch die Traumbilder drauf. Drei geht wieder runter wegen besagter Zeit lassen. Genau, dann wären wir bei vier. Also vierer Erschwernis aus den Traumbildern plus zehner Erschwernis aus der MR. Davon gehen noch mal zwei runter wegen den Erzwingen, was ich reinlege. Und dann gucken wir mal, ob ich eine plus 13 schaffe. Darf ich dabei was tun? Ja, was möchtest du tun? Ich würde gerne mein Amulett vom Hals ziehen, nehmen, Streifen und ja, um den Hals fliegen. Also, zurückseite vom Hals, er schiebt am Rücken zum Jäger von Haus. Tut das was? Das ist ein Paralyse am Amulett. Mit dem bin ich vertraut. Ja, Paralyse hilft dir aber nicht, ne? Das ist ja nur körperlicher Schaden. Ja, er wird zu Stein. Ja, aber du kannst weiter sehen und wahrnehmen, also auch träumen. Er kann sich aber nicht bewegen, er kann uns nicht angst und darum geht's mir. Hey, Yalan! Ich möchte bitte diese Zuschauerstellung des Misstrauens dagegen stark protestieren. Ich berühre dich auf jeden Fall und spreche laut zu dir. Sieh, Yalan, ich bin nun in deinem Traum und zeige dir die Wahrheit. Ich bin nun in deinem Traum.